Herzlich willkommen zu einem weiteren Sommergespräch. Heute ist der Mann bei mir, der seit rund fünf Jahren die Geschicke der Stadt an entscheidender Stelle mitbestimmt. Und das in einer Zeit, die, wie man es heute sagt, herausfordernd ist. Corona, Energiekrise, Ukraine, Krieg, Klimawandel oder der Zustrom von Flüchtlingen. Das sind übergeordnete Themen, die auch Hamburg bewegen. Aber auch in der Stadt gibt es einiges zu tun. Der Hafen schrumpft, auch die innere Sicherheit ist wieder zu einem Hamburger Thema geworden. Es gibt viel zu besprechen mit Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Ich begrüße Sie. Guten Tag. Herr Bürgermeister, wir sind gerade mitten in der Sommerpause. Es ist relativ ruhig, möchte ich mal sagen. Da kommt dann eine Meldung. Es gibt ein Gutachten seit 2008, das Thema Kühlbrandquerung. Und dieses Gutachten hat zum Inhalt, dass die Kühlbrandbrücke doch saniert werden könnte aus der Sicht von 2008. Damals wird über 90 Millionen Euro gesprochen. Ist klar, ist mehr geworden. Heute reden wir von 5,646 Milliarden Euro. Wie kann es sein, dass so ein Gutachten über die Jahre überhaupt nicht präsent ist und keiner das kennt? Also dem Senat ist das Gutachten bekannt. Das ist damals vom Vorgängersenat beauftragt worden. Aber es ist eben uralt, wie Sie richtig sagen. 2008 ist 15 Jahre her. Und insofern müssen wir natürlich jetzt auf die aktuelleren Daten sehen. Und regelmäßig wird der Zustand der Kühlbrandbrücke untersucht. Und deswegen muss man sich nicht zu viel Hoffnung machen, dass man diese Brücke erhalten kann. Im Gegenteil, wir sind in der Planung, jetzt entweder eine neue Brücke oder einen Tunnel zu bauen. Und das ist bei den Baukosten, die es heutzutage gibt, keine günstige Sache. Das heißt, es wird nicht nochmal geprüft, ob die Kühlbrandbrücke nicht erhalten werden könnte. Sie können das noch ein weiteres Mal prüfen. Aber ich sage ja, die bisherigen Prüfungen haben zu dem Ergebnis geführt, dass wir eigentlich Anfang oder Ende dieses Jahrzehnts an einen Zeitpunkt kommen, wo die Unterhaltungsaufwendungen für diese Brücke immer größer werden. Und was wir nicht riskieren werden, ist, dass Brücken zusammenbrechen, wie es ja in Italien schon der Fall gewesen ist. Sondern wir werden hier sorgfältig dafür sorgen, dass die Brücke benutzbar ist. Das ist eine wichtige Verbindung für die Hafenwirtschaft. Und dass wir zeitgerecht dann auch eine Anschlusslösung bekommen. Entweder eine neue Brücke oder eben einen Tunnel. Wer soll das bezahlen? Der Bund? Ja, wir haben eine Vereinbarung. Ich habe persönlich schon vor einigen Jahren mit dem damaligen Bundesverkehrsminister über diese Frage gesprochen. Auch diese Kühlbrandbrücke ist, wenn ich das richtig erinnere, zur Hälfte vom Bund und zur anderen Hälfte von Hamburg bezahlt worden. Und wir haben darüber gesprochen, dass natürlich die Bedeutung des Hafens und auch des übergeordneten Verkehrs so groß ist, dass dies eigentlich keine Regionalstraße ist. Deswegen hat der Bund jetzt diese Straße auch hochgestuft. Also es gilt jetzt sozusagen als Bundesstraße und hat zugesagt, dass er sich an der, an den Kosten beteiligen wird. Das war das, ich habe das gefunden. Da gibt es auf Facebook einen Eintrag Ihres Kollegen Nils Ann. Das war 2020. Da waren Sie mit Andreas Scheuer. Kannte er den? Haben Sie ihm gesagt, es gibt dieses Gutachten? Also ich habe jetzt mit dem Bundesverkehrsminister nicht über technische Einzelheiten gesprochen. Und es gibt ja nicht nur dieses Gutachten. Es gibt eine ganze Reihe an weiteren Gutachten zum Zustand der Kühlbrandquerung in verschiedenen Abschnitten. Es gibt ja unterschiedliche Bereiche. Es gibt die Auffahrten. Es gibt den Mittelteil. Und alles ist so, dass die Wirtschaftsbehörde und die HPA immer betont haben, dass wir bei Zeiten mit der Planung einer neuen Querung beginnen müssen. Wir können nicht warten, bis die Brücke so marode ist, dass sie, dass man sie nur noch einspurig befahren kann oder eben einen geschränkt nur nutzen kann. Und vor dem Hintergrund ist es an der Zeit jetzt, die Planung der Alternative voranzubringen. Sollte sich jetzt noch einmal eine neue technische Beurteilung einstellen, was ich nicht erwarte, dann ist es eine neue Lage. Aber wir haben jährlich immer wieder Informationen über den Zustand der Brücke. Und easy ist eben so, dass so eine Brücke nicht ewig hält und dass das Ende der sogenannten Lebensdauer jetzt auch bald erreicht ist. Das Gutachten ging ja damals davon aus, dass die beiden Auffahrten erneuert werden. Deshalb kam er ja auch zu einem Relativ. Herr Schmidt, wir reden jetzt über ein Gutachten, das 15 Jahre alt ist. Ja, ist mir klar. Und ich kann jetzt nicht viele weitere Gutachten, die alle zu dem Ergebnis kommen, dass der Unterhaltungsaufwand immer höher wird und dass wir jetzt wirklich an eine Erneuerung denken. Wir müssen ja wegignorieren, nur weil es 2008 mal ein Ergebnis gab, das einen Erhalt als denkbare Option beschrieben hat. Man muss ja auch Kosten und Nutzen gegeneinander legen. Und wenn die Unterhaltung eines alten Bauwerks immer teurer wird, dann ist es irgendwann sinnvoller, diese Brücke zu ersetzen. Und was wir nicht riskieren dürfen, weil die Vorlaufzeiten für den Neubau von Brücken und Tunnel sehr lang sind, dass wir jetzt einfach sagen, wird schon gut gehen. Aber das sagt ja keiner. Doch, darauf läuft einiges hinaus, was ich in der Diskussion höre. Gerade denjenigen, denen die Hafenwirtschaft nicht so wichtig ist. Die sagen, lass uns mal ein bisschen weiter rumflicken und dann wollen wir mal gucken, wie lange es noch gut geht. Und das ist keine verantwortungsvolle Haltung. Wir haben dafür gesorgt, dass diese Stadt nach dem Schwarz-Grün, also CDU und Grüne, einen erheblichen Sanierungsstau unterlassen haben. Dass wir das aufgearbeitet haben und dass wir eben gerade dafür sorgen, dass Straßen, Brücken, Schulen, öffentliche Gebäude in einem ordnungsgemäßen Zustand sind. Und deswegen gehen wir nicht spielerisch mit der Frage um, ob wir mal weiter planen sollten oder nicht, sondern wir haben eine wichtige Aufgabe. Die Hafenwirtschaft muss gut angebunden werden. Dafür brauchen wir eine leistungsfähige Kühlbrandquerung. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir brauchen die A26 Ost. Das wäre eine weitere Kühlbrandquerung. Zwischen Ost und West, indem wir eben wichtige Verkehre bündeln, auf diesem letzten Autobahnabschnitt, der noch nicht fertiggestellt wird. Auch dagegen wird immer anargumentiert von Personen, denen die Wirtschaft nicht so wichtig ist. Und ich sage Ihnen ganz klipp und klar als Bürgermeister, wir brauchen diese wichtige Verkehrsinfrastruktur. Wir brauchen die Radwege, die bauen wir jedes Jahr viele Kilometer. Wir brauchen die Elbvertiefung, die wir sicher hergestellt haben. Sie ist auch nach wie vor wirksam. Wir brauchen also die Wasseranbindung des Hafens. Aber wir brauchen eben auch diese großen Verkehrsverbindungen wie die A26 und die Kühlbrandquerung. Also um das nochmal zurechtzurücken. Ich frage nicht, weil irgendwelche Leute sagen, der Hafen ist uns nicht wichtig. Ich frage deshalb, weil wir 90 Millionen Euro 2008 haben und jetzt 5,4 Milliarden Euro. Das ist ein Unterschied. Selbst bei einer Verzehnfachung der Kosten von damals wäre da noch eine große Diskrepanz. Das ist so mein Gedanke. Ja, ich verstehe Ihre Frage, aber ich muss ja einmal Ihnen mitteilen dürfen, dass ich eine politische Einschätzung habe. Dass diese Stimmen, die immer wieder dann hochkommen, wenn es darum geht, den Hafen zu schwächen, dann auf einmal Motivation haben zu sagen, aber man kriegt das doch für 90 bis 100 Millionen Euro hin. Das ist sehr unrealistisch. Und wir müssen ja eine, wie man so sagt, nachhaltige Lösung haben. Wir müssen ja eine dauerhafte, belastbare Kühlbrandquerung haben. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt durch ein weiteres neues Gutachten, nachdem ja wirklich jährlich der Zustand der Brücke untersucht worden ist oder in zweijährigen Abständen, je nach Vorschriften, werden solche Brückenbauwerke untersucht, ist immer wieder die Einschätzung der Techniker gewesen, nicht der Politik. Ich habe mir ja diese Gutachten technisch ja gar nicht, kann ich ja gar nicht einschätzen. Das sind ja Ingenieurswissenschaftliche Kompetenz, die man dort braucht, ist immer das Ergebnis, wir müssen zusehen, dass wir mit der alternativen Planung vorankommen. Denn die Dauer dieser Brücke ist begrenzt, die sogenannte Lebensdauer. Und es ist nicht sinnvoll zu warten, bis eine Brücke quasi marode ist. Das sehen Sie in Nordrhein-Westfalen in einigen Bereichen. Ich glaube, das will keiner. Nein, das will keiner, aber ich sage ja, darauf läuft es ja hinaus, wenn man jetzt die Zeit nicht nutzt und diese Sache nicht ernst nimmt. Wenn man jetzt ein paar Fragen stellt dazu, heißt das ja nicht, dass man möchte, dass die Kühlbrandbrücke zusammenbricht. Nein, das will ich Ihnen ja auch gar nicht vorwerfen. Aber ich spüre ja, wie plötzlich die Stimmung auf einmal sagt, das ist doch fein, dann können wir uns das ja sparen. Und ich sage ganz klar, Achtung, die Kühlbrandquerung ist extrem wichtig. Es gibt sehr viel technische Untersuchungen zum Zustand der aktuellen Kühlbrandquerung. Und es gab immer wieder das Ergebnis, diese Brücke ist nicht viel länger als bis 2030, 2035 belastbar, nutzbar. Es gibt ja noch einen neuen Aspekt, oder den gibt es schon länger, aber heute ist er wieder aufgefrischt worden, der des Wahrzeichens. Ihr Koalitionspartner Jens Kerstan kam damit jetzt. Wie sehen Sie das überhaupt, dass das zur Identität der Stadt gehört? Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ist ja auch nicht unwichtig. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was gehört zur Identität der Stadt? Die Kühlbrandbrücke als Wahrzeichen. Als, wenn man so will, zur Silhouette des Hafens gehörte diese Kühlbrandbrücke über 80 Jahre oder 60 Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, in den 60er Jahren, glaube ich, ist diese Brücke gebaut worden. Es ist so, dass wir ja auch überlegt haben, um sozusagen die Anmutung der sogenannten, ich glaube Pylonen heißt das, diese Teile der Brücke, die etwas besonders Markantes sind, zu erhalten. Aber letztlich geht es nicht darum, dass wir unser Stadtbild im Auge haben. Wir brauchen eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Das ist das, was wir im Blick haben. Und damals ist abgewogen worden, zwischen dem Bundesministerium und der Stadt Hamburg, ist es sinnvoller, eine Brücke durch eine Brücke zu ersetzen oder lieber einen Tunnel zu nehmen, der teurer war aus damaliger Sicht, aber der auch eine längere Lebensdauer noch hat und der bestimmte Vorteile hat, was die Leistungsfähigkeit angeht und auch die Einschränkung hat. Dann haben Sie keine Höhenbegrenzung mehr, wenn Sie einen Tunnel haben. Und deswegen ist in der damaligen Abwägung die Tunnelvariante bevorzugt worden. Jetzt überlegen wir eher, nochmal nachzurechnen, weil sich ja allgemeine Kostensteigerungen ergeben haben und der Tunnel dann doch, je weiter man geplant hat, immer komplexer wurde. Das hatte was zu tun mit den Untergrundverhältnissen, die man ja nicht vorhersehen kann, wo man ja auch Probebohrung machen muss. Und jetzt stellt sich die Sache so da, dass wir nochmal gegenrechnen, ob, wenn man die Brücke weiter plant, konkreter plant, ob es nach wie vor so ist, dass Tunnel die günstigere Variante ist in der Abwägung von Kosten und Nutzen. Es könnte also sein, dass wir jetzt nochmal zu dem Ergebnis kommen, eine Ersatzbrücke ist eine bessere Variante, weil eben die Tunnelkosten dann doch sehr viel größer sind als die einer Brücke. Es ist ein großes Thema. Ist das Chefsache? Nein, das ist eine Sache des ganzen Senats. Die Wirtschaftsbehörde ist federführend, aber ich persönlich kümmere mich natürlich um solche großen Einzelthemen. Deswegen habe ich auch Wert darauf gelegt, dass wir mit dem Bund vorankommen, dass diese Straßenverbindung hochgestuft wird, dass wir die Zusage haben, dass wir hier eine Kostenteilung vornehmen. Das sind ja alles keine Sachen, die von alleine entstehen, sondern das sind auch schriftlich niedergelegte Vereinbarungen, die wir jetzt zwischen dem Bund und der Stadt Hamburg haben. Wir sind im Hafen mit dem Kühlbrand. Wir bleiben ein bisschen bei dem Thema Hafen. Der Hafen hat in den letzten zehn Jahren rund 25 Prozent Marktanteil im Containerumschlag an Antwerpen und Rotterdam verloren. Nimmt Hamburg das im Containersektor so als gegeben hin? Oder gibt es einen Plan, da wieder nach vorne zu kommen? Wenn ja, wie sieht der aus? Naja, wir werden natürlich nicht Rotterdam und Antwerpen überholen können. Das sind nationale Häfen. Das ganze Land kümmert sich in diesen beiden Ländern, also in Belgien und in den Niederlanden, um ihren Hafen. Wir haben drei Häfen, Wilhelmshafen, Bremen und Hamburg und sind sozusagen als Städte alleingelassen. Deswegen ist ja auch unser dringender Punkt, dass der Bund sich stärker einbringt, unsere Häfen zu stärken, insbesondere den Hamburger Hafen, weil er der größte und leistungsfähigste ist. Und er wird doch oft schlecht geredet, interessanterweise gerade von Hamburg aus. Wie weiter Sie aus Hamburg wegkommen, umso stärker werden die Vorzüge unseres Hafens auch gesehen. Wir haben nämlich eine sehr gute Hinterlandanbindung, wie man sagt, über die Schiene. Und das ist ein unschlagbar wichtiger Punkt, denn in Zukunft wird es ja darauf ankommen, die Logistik, also das Transportieren von Waren, vor allem klimafreundlich hinzubekommen. Und da ist ein großer Vorteil, den Wasserweg zu nutzen mit dem Hafen, aber dann auf die Schiene umzusteigen. Und das können eben Rotterdam und Antwerpen in dem Umfang nicht leisten. Und deswegen ist jeder Container, der über den Hamburger Hafen geht, ein Gewinn für die Umwelt und fürs Klima. Das ist ein ziemlich guter Wettbewerbsfaktor für die Zukunft und wir werden daran arbeiten, diesen Wettbewerbsfaktor auszubauen. Und auch sonst gibt es gute Vorteile. Unser Hafen ist gut digitalisiert, es wird vorangehen, aber wir werden ihn als einen leistungsfähigen Seehafen erhalten. Und teuer wird auch immer gesagt. Bitte? Auch, dass er teuer ist. Ja, er kostet Geld, sehr viel Geld. Übrigens haben CDU und Grüne damals die Hafeninvestitionen auf Null zurückgefahren. Ich muss es sich mal vorstellen. Sie holen jetzt aber sehr viel aus. Ich muss das einmal immer sagen, weil immer Leute jetzt sich zum Hafen äußern, wo ich mich immer frage, sag mal, woher kommt plötzlich diese Einsicht? Ich kenne das anders von diesen Parteien. Wir haben mittlerweile in jedem Haushalt zwei, dreihundert Millionen Euro Investitionsmittel für den Hafen bereitgestellt, damit wir ihn eben als wirtschaftliche Grundlage für unsere gesamte Stadt auch zukunftsfähig machen. Und das ist erfolgreich. Wir haben einen starken Hafen. Insgesamt schwanken wir aber natürlich mit der Konjunktur mit. Das sieht man übrigens genauso in Rotterdam und Antwerpen. Und deswegen ist der Einbruch in Hamburg prozentual nicht höher in vielen Fällen. Aber wir schwanken mit. Und wir wollen gar nicht der größte Hafen der Welt werden. Die asiatischen Häfen sind allesamt viel, viel größer mittlerweile als die europäischen Häfen. Sondern wir wollen der beste Hafen sein, der schnellste, der modernste, der digitalste, der klimafreundlichste. Das sind dann auch echte Wettbewerbsvorteile, die wir brauchen für unsere Hafenwirtschaft und für die Wirtschaft insgesamt. Ist ein Wettbewerbsvorteil nicht der, den Sie zu Beginn genannt haben und dann gleich wieder eingesammelt haben? Und zwar die Kombination von Wilhelmshaven, Bremen bzw. Bremerhaven und Hamburg. Sie hatten gesagt, Hamburg ist der wichtigste, verstehe ich, als Hamburger Bürgermeister. Aber ist das nicht ein Wettbewerbsvorteil, dass man sich quasi diversifiziert hat? Ja, auch das kann man sehen. Wir müssen sehen, dass wir in den norddeutschen Häfen Bremen, Wilhelmshaven, Hamburg kooperieren, wo es geht. Und wir hatten ja auch gerne mit den Terminalgesellschaften einen Verbund gegründet. Das geht aber eben nur, wenn die Unternehmen mitziehen. Und ich kann ein privates Unternehmen ja nicht zwingen, als Politiker das zu tun. Aber natürlich müssen wir unter den norddeutschen Häfen unsere gemeinsame Wettbewerbssituation sehen. Aber es bleibt ja dabei, Hamburg ist der größte Hafen Deutschlands. Und wir sind in der Nordrange am weitesten im Osten. Das ist ein Riesenvorteil für viele Zielgebiete. Sie kommen über den Hamburger Hafen sehr viel effizienter mit den Containern nach Österreich in viele osteuropäische Zielregionen als über Rotterdam und Antwerpen. Und dann zu sagen, ach, es gibt ja diese anderen beiden großen europäischen Häfen, dann können wir ja mal unseren Hafen einem neuen Thema widmen, was ich also schon oft gehört habe. Da kann ich nur warnen, wir brauchen diese Anbindung an die Weltmärkte. Das haben wir gerade in den Krisenzeiten gesehen, jetzt in der Ukraine-Kriegszeit. Wir haben es gesehen während der Corona-Pandemie, dass unsere Logistik, unsere Versorgungssicherheit davon abhängt, dass wir einen eigenen, einen sicheren, einen guten Zugang zu den Weltmärkten haben. Und deswegen ist dieser Hafen so bedeutsam. Auch gerade der Hamburger Hafen, er liegt für viele Zielgebiete sehr günstig. Und der weite Weg über das Wasser ins Landesinnere, über die Elbe, der immer als Nachteil dargestellt wird, ist im Hinblick auf Klima- und Umweltschutz und Transportkosten sogar ein Vorteil, weil sie 100 Kilometer weiter ins Landesinnere kommen, auf dem sehr wirtschaftlichen und klimafreundlichen Wasserweg. Wir wechseln noch mal das Thema, bleiben aber bei jemandem, den Sie mehrmals gemeint haben, aber dessen Namen Sie noch nicht in den Mund genommen haben. Dennis Thering, der hat das Thema innere Sicherheit wieder ganz oben auf die Agenda gesetzt. Er hat gesagt, dass es große Versäumnisse gegeben hat. Wir haben, wir kennen die Diskussion alle mit dem Hauptbahnhof. Was ist denn in den letzten Jahren passiert, dass das Thema innere Sicherheit wieder diesen Wert hat? Also erst mal ist gar nichts versäumt worden. Auch da kann ich nur sagen, Sie können sich mal die Personalentwicklung ansehen. Wir haben seit Jahren ganz konsequent den Personalbestand der Polizei erhöht. Und wir haben auch die technische Ausstattung der Polizei erhöht. Auch das ist ja damals unter CDU und Grünen Zeiten unter die Räder gekommen. Da darf sich ja Thering gerne mal bei seinen Parteikollegen erkundigen. Wir haben die technische Ausstattung sehr verbessert, der Polizei. Und wir haben gerade in den letzten Jahren jedes Jahr 100 bis 150 zusätzliche Polizeikräfte eingestellt. Also der Personalbestand ist gewachsen. Das ist wichtig gewesen, weil wir ja nicht gewartet haben, bis einer sagt, ach guck mal an, am Hauptbahnhof geht es wieder los mit den Delikten. Sondern wir wussten ja, dass wir als große Metropole, eine Zwei-Millionen-Stadt mit dem größten Bahnhof Europas, das ist ja auch eine Besonderheit, dass bei uns ja 500.000 Fahrgäste jeden Tag am Bahnhof unterwegs sind. Das kann man nicht vergleichen mit einem kleinen Provinzbahnhof irgendwo. Da kommt es eben auch zu mehr Kriminalitätsentwicklung. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren die Polizei gestärkt und haben gerade als nach der Corona-Zeit, als ja das öffentliche Leben quasi zurückgefahren war, als es dann wieder losging, haben wir eben auch sofort begonnen, gemeinsam mit der Deutschen Bahn, mit der Bahnsicherheit, mit der Hamburger Polizei und den Sicherheitskräften, die die Hochbahn hat, eben am Hauptbahnhof gerade auch gegen zu handeln. Denn das, was wir nicht können, ist, die gesamten Effekte, die es in Deutschland gibt, die es in einer modernen Zeit gibt, einfach ungeschehen machen. Es gibt eine höhere Gewaltbereitschaft, eine höhere Aggressivität. Es gibt auch mangelnden Respekt mittlerweile vor uniformierten Vertretern der öffentlichen Ordnung. Und das alles sehen Sie in ganz Deutschland. Die Kriminalitätszahlen sind im letzten Jahr in ganz Deutschland viel stärker gestiegen als in Hamburg. Und das zeigt, dass wir auf einem richtigen Kurs sind. Und wenn man das quasi ignoriert und das Gegenteil behauptet, dann ist das schon ein Problem, weil wir natürlich dann einen erfolgreichen Kurs infrage stellen. Und das werden wir nicht tun. Wir werden weiterhin die Polizeistärken, zusätzliche Polizeikräfte einstellen und dann je nach Lagen die Einsatzschwerpunkte auch so wählen, dass wir stark sozusagen gegen die Kriminalitätsentwicklung reagieren. Jetzt gibt es inzwischen die Waffenverbotszonen, das ist vor kurzem eingeführt worden. Wie kann denn aus Ihrer Sicht Kriminalität an den Wurzeln bekämpft werden? Das ist natürlich ein komplexer Prozess. Wir müssen ja beides tun. Wir müssen für die innere Sicherheit sorgen. Alkoholverbot soll dazukommen demnächst. Wir haben die verstärkte Präsenz der Sicherheitskräfte. Auf der anderen Seite hat Kriminalität natürlich immer Ursachen, die sehr viel tiefer liegen. Und deswegen dürfen Sie aber trotzdem das nicht hinnehmen und sagen, ja, es gibt wichtige Gründe, weswegen jemand drogenabhängig wird. Das ist so. Und deswegen gibt es zugleich Drogenhilfe. Es gibt sehr viel psychologische Unterstützung. Es gibt soziale Angebote. Wir sind ja, wenn Sie sich die Obdachlosenhilfe in Hamburg mal ansehen, im Grunde Vorbild für ganz Deutschland, welche Konzepte wir alle anbieten, damit die Menschen eben in der Obdachlosigkeit unterstützt werden oder eben aus der Obdachlosigkeit herausgeführt werden. Also es gibt beides. Es gibt die soziale Hilfe. Es gibt die Drogensuchthilfe. Es gibt die Obdachlosenhilfe. Es gibt viele weitere soziale Projekte. Aber wir brauchen auch Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum. Und deswegen brauchen wir auch die Polizei am Hauptbahnhof und an anderen kritischen Stellen in Hamburg. Wir kommen jetzt von der inneren Sicherheit zu einem Thema, das dort in der Nähe zu verorten ist, der Justiz. In der Welt war vor kurzem von der Überlastung der Staatsanwaltschaft und der Richter zu lesen. Strafverfolgung hänge in Hamburg nur noch vom Zufall ab, hieß es dort. Von einem Brandbrief an die zuständige grüne Senatorin war die Rede. In welchem Zustand befindet sich die Hamburger Justiz, Herr Bürgermeister? Ja, auch da gibt es hier sicher immer wieder Baustellen und auch Probleme, die man angehen muss. Aber auch hier gilt ja, dass wir die Justiz gestärkt haben, dass wir an vielen Stellen dafür gesorgt haben, dass zusätzliche Gerichte eingerichtet werden, dass die Staatsanwaltschaft verbessert, ausgestattet wird. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, wenn es zum Beispiel zu diesen EncroChat-Verfahren kommt, ich weiß nicht, es ist ja so ein Begriff dafür, dass es gelungen ist, über eine bestimmte Technik Zugang zu bekommen, zu Informationen zu bekommen über organisierte Kriminalität. Das hat so viele Verfahren ausgelöst und zu Recht sozusagen auch Folgen gehabt, weil wir eben den organisierten Tätern auf die Spur gekommen sind, dass solche Erfolge, Verhandlungs- und Ermittlungserfolge der Sicherheitsbehörden dann dazu führen, dass die Justiz natürlich auch das entsprechend aburteilen muss. Und da gibt es dann immer besondere Belastungsspitzen, auf die unsere Justizbehörde wie als Senat reagieren müssen. Und deswegen gibt es sicher den einen oder anderen Engpass. Wir hatten auch schon mal ein Problem in anderen Bereichen der Justiz und müssen insofern sozusagen die Justiz so ausstatten, dass der Rechtsstaat sozusagen auch vor Gericht umgesetzt wird. Wenn der Personalratschef der Staatsanwaltschaften den Satz, den habe ich mal aufgeschrieben, die zuständige Senatorin Galina hat ihre Justiz mental verlassen. Sie lässt uns allein. Wenn Sie so etwas lesen und Sie werden das gelesen haben, sprechen Sie dann mit der Senatorin? Wir sprechen einmal die Woche mit allen. Ich meine über so ein Thema. Aber jetzt muss man einmal sagen, also wenn Sie Personalratsauseinandersetzungen mit Behördenleitungen sehen, dann haben wir immer mal harte Sätze. Das ist ja ein Stück weit das Selbstverständnis von Personalräten, dass Sie mal auf den Tisch klopfen und sagen, ich erwarte und verlange. Ja, aber wissen Sie, als ich Finanzsenator war, hat man im Personalrat der Finanzbehörde auch oft Klagen an mich herangetragen. Das ist nicht immer gleich ein politisches Problem, sondern es ist oft auch eins, das man als Behörde und Personalrat dann bearbeiten muss. Aber es mag Engpässe geben. Wir müssen immer so nachsteuern, dass wir dort, wo die Arbeit ist, dann auch die Ressourcen haben. Deswegen eben mein Hinweis auf das AnchorChat-Verfahren. Aber es gibt natürlich in einer Welt, in der ganz neue Deliktsarten plötzlich nach oben kommen. Wir haben ja sehr viel Internetkriminalität. Und die Hate Speech oder diese Hasskriminalität im Netz, das sind alles neue zusätzliche Verfahren. Da müssen eben sowohl Polizei, aber eben auch die Justiz jetzt sozusagen auch entsprechend Ressourcen auf diese Bereiche lenken. Jetzt schlage ich mal den Bogen in die Vergangenheit noch weiter zurück, als Sie das gemacht haben. Die Themen Innere Sicherheit, Justiz waren ja 2001 die Themen, die dazu geführt haben, dass es einen Wechsel im Rathaus gegeben hat. Damals mit Unterstützung von Ronald Schill. Heutzutage wäre, ganz abgesehen davon, ob es in so einer Konstellation da machbar wäre, ist so etwas ja nicht mehr zurzeit auf jeden Fall schwierig möglich, weil überall Brandmauern gebaut werden und ein richtiger Wechsel nicht mehr stattfinden kann. Ich möchte zu sprechen kommen auf den Umgang mit der AfD. Ist aus Ihrer Sicht der Umgang, wie jetzt mit dieser Partei, die ja teilweise, ich habe von 23 Prozent schon Zustimmung gelesen, in der Bevölkerung hat, kann man so mit so einer Partei umgehen? Sollte man das tun? Also mir macht das schon Sorgen, dass wir diese Umfrageergebnisse für die AfD haben. Denn die AfD löst ja kein einziges Problem, sondern sie beschreibt die Probleme. Hetzt auch ganz gezielt gegen bestimmte Personengruppen in Deutschland und versucht daraus politisches Kalkül zu entwickeln und Kapital zu schlagen. Und das ist in einer Zeit, in der wir tatsächlich ja Umbrüche erleben, auch schwer dagegen zu halten. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht alle gemeinsam etwas genauer streiten sollten, also spezieller streiten sollten. Sehen Sie mal, ich habe mich vor einigen Wochen sehr darüber geärgert, dass behauptet wurde, Hamburg sei die Kriminalitätshauptstadt Deutschlands. Das ist richtig eine falsche Nachricht, weil wir objektive Zahlen haben, die zeigen, dass wir bezogen auf unsere Größe und in der Entwicklung eben sogar geringere Kriminalitätszahlen hatten als in der Bundesentwicklung. Man muss das einmal laut sagen, weil wenn wir die Situation immer noch schlechter darstellen, als sie ohnehin schon ist, dann haben wir irgendwann ein Problem, dass Leute verzweifeln. Auf der gleichen, zugleich darf man nicht sagen, weil wir nicht die Kriminalitätshauptstadt sind, ist alles in Ordnung. Natürlich haben wir Probleme in Bereichen. Deswegen ja meine Initiative zu sagen, wir werden uns jetzt verstärkt um den Hauptbahnhof kümmern. Verstehen Sie meinen Punkt? Man darf, man muss politisch präziser streiten. Wir dürfen nicht pauschal sagen, der Hafen kommt auf den Hund. Das ist nicht so. Wir haben einen sehr guten Hafen. Was darf man denn pauschal zur AfD sagen? Nein, ich will jetzt gerade nicht über die AfD sprechen. Die AfD sammelt am Ende die Themen nur ein. Die AfD ist nur sozusagen Nutznießer der allgemeinen Debatten, die nicht, sagen wir mal, speziell genug sind, wo Bürgerinnen und Bürger nicht erkennen, aha, die sehen mein Problem und die kümmern sich drum. Sondern wo von morgens bis abends gesagt wird, alles wird schlechter. Jedes Problem, das es gibt, ist das Schlimmste dieser Zeit. Und es gibt keine, sagen wir, vernünftige Einordnung. Und mein Wunsch ist zu sagen, ja, wir haben Themen, um die wir uns kümmern müssen. Sowohl im Hafen wie am Hauptbahnhof an den vielen Stellen. Aber zu sagen, der Hafen kommt unter die Räder, ist einfach auch objektiv nicht wahr. Wir haben einen starken Hafen. Das sagt ja auch die CDU. Das sagt ja nicht nur die AfD. Es wird sehr oft auch von anderen sehr pauschal argumentiert. Deswegen will ich ja dagegenhalten und sagen, ich will gar nicht mit der AfD streiten. Ich will unter den demokratischen Parteien einen möglichst... Ist der AfD undemokratisch, nicht demokratisch? Also ich will mich, wie gesagt, da jetzt gar nicht... Es gibt da sicher sehr problematische Stimmen, wenn ich das mal sagen darf. Da bin ich nicht mehr sicher, ob das noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung passiert. Aber es gibt natürlich auch weniger radikale Akteure. Am Ende ist aber gar nicht entscheidend, was die AfD macht. Sondern die Frage ist, wie wir mit uns und diesen Problemen zurechtkommen. Ein Land, eine Regierung, das die Probleme löst. Und ich will mal ein paar Probleme benennen, die unsere Bundesregierung sehr gut gelöst hat. Wir sind in kürzester Zeit unabhängig geworden vom russischen Gas. Das ist etwas gewesen, das hat die ganze Welt unserem Land nicht zugetraut. Das ist eine ganz großartige und wichtige Leistung gewesen in einer Zeit, in der wir ja nicht wussten, kommen wir überhaupt noch durch den Winter. Und das wird einfach so abgebucht und dann werden Themen genommen, die auch eine Bedeutung haben. Aber was wir nicht tun sollten, ist zu sagen, alles wird jeden Tag schlimmer und dieses Land kommt auf den Hund. Und in Wahrheit, wenn man sich mal umblickt in Europa und sonst auf der Welt, leben wir in einem sehr starken, in einem sehr attraktiven Land. Und uns geht es in diesen Krisen immer noch sehr viel besser, als es in vielen anderen Ländern der Welt der Fall ist. Und deswegen bitte differenzierter argumentieren, gerne auch mal erwähnen, was gut gelaufen ist. Das ist natürlich in der Reich... Haben Sie ja jetzt gemacht. Das muss ich jetzt leider tun, weil in den Medien gibt es keine Reichweite, ein gelöstes Problem. Interessiert niemanden mehr. Aber wir dürfen ja nicht so tun, als wenn wir sozusagen ins Verderben kommen. Wir haben große Themen und ich bin sicher, unser Land ist stark genug, die auch zu bewältigen. Ganz zum Schluss, letzte Frage, geht leider nochmal um die AfD. Tut mir leid, aber Ihre Parteivorsitzende Saskia Esken hat auch ein Verbot ins Spiel gebracht. Ist das auch Ihre Linie? Also das lässt sich derzeit ja gar nicht so sagen. Wir haben ja gerade mal das NPD-Verbot vor Gericht nicht durchbekommen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die NPD verfassungswidrig ist in ihren Zielen. Und trotzdem sollte sie nicht verboten werden als Partei. Also die Hürden für den Verbot einer Partei liegen in unserem freiheitlichen Rechtsstaat sehr, sehr hoch. Trotzdem haben wir zum Beispiel in Karlsruhe, ich als Bundesratspräsident, dort vorgetragen, dass wir diesen Parteien wenigstens den Geldhahn abdrehen sollten, also der NPD. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das vor Gericht erfolgreich ist. Also die Hürden für den Verbot, für das Verbot einer Partei sind sehr hoch. Und trotzdem darf man ja nicht einfach ignorieren, was da zum Teil auch passiert im Umfeld der AfD. Herr Tschentscher, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.